Jetzt! Jetzt! Alter! Ja, aggressiv! Hey! Was ist denn das Fisch? So kalt! Hey, der Fisch hat irgendwie keine Augen. Oh, jetzt bist du so leid. Das ist unser schöner Fisch. Ist die Biggatmama schon rausgefischt worden? Nein, wir hatten fast einmal. Lassen wir den überhaupt. Okay, jetzt haben wir es. Okay.